Okay Jungs, keine strategischen Spiegel mehr. Und vor allem, vergesst den Punktestart. Es gibt nur eine Zahl, die wichtig für euch ist. 16. Ihr habt noch 16 Minuten, um das Spiel zu gewinnen, Jungs. Ihr habt nur noch 16 Minuten zu spielen in dieser Saison. Und die Abschlussschüler in dieser Mannschaft? Jungs! Für euch sind es die letzten 16 Minuten, die ihr das Vikings-Trikot anhabt. Also macht was draus. Noch 16 Minuten, Jungs. Um ein Tier zu sein. Karte! Alles klar. Also Jungs. Ihr habt den Couch gehört. Wir alle werden noch lange, nachdem wir East High verlassen haben, an die nächsten 16 Minuten denken. Also Leute, jetzt oder nie? Chef? Welches Team? Wildcats! Welches Team? Wildcats! Welches Team? Wildcats! 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 Musik Untertitelung des ZDF, 2020